St 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Actros MP3 von Schumi aus dem SDS-Forum und den hat er geupdatet nun in der Version 3.1. Was jetzt hier mit dabei ist, müssen wir uns wieder anschauen, denn er schreibt es leider nicht dazu. Kommen wir jetzt hier mal bei dem Low Roof Slipper mal ganz kurz dazu. Da haben wir hier natürlich den Spoiler einmal so oder hinten noch, äh, Plaster, ne, Kunststoffschlässer, Plastik oder so. Der sieht dann so aus hier, das ist erstmal so grob, dann haben wir hier Interieurlicht oder hier die ganze normale Standardbügel, ne, die sind hier mit dabei, gibt es natürlich Schriftzug, die sind aber bei dem, ähm, nach, bei dem Megaspace oder beim High Roof Slipper auch mit dabei. Spoiler natürlich weg in dem Fall hier, ne, aber könnt ihr wieder hinmachen, tschack, lackiert, lackiert zwei oder Kunststoff, ne, wer es halt braucht, will, wie auch immer, Standardbügel ist klar. Megaspace, mit Spiegel, äh, mit Spiegel, mit Spoiler, ohne Spoiler oder halt, äh, Schwerlast. Dann haben wir hier natürlich die Spoiler dazu, ich lasse es mal lackiert, ihr müsst hier das Interieurlichtrot, dann habt ihr hier Mirage, die ganzen Bügel, Standardbügel natürlich. Ich schade, dass hier keine HS Schoch, äh, Bügel dabei sind, sondern nur beim Low Roof Slipper, viel bisschen schade, aber ich sitze hier nochmal so, ne. Dann haben wir hier original Grün, und ich zeige jetzt nur mal das, was, äh, von Schumi mit dabei ist, und den Rest lassen wir dann einfach mal weg, weil, äh, ich glaube, das kennt er mittlerweile alle, da muss ich jetzt hier nämlich nochmal durchgucken, was er nämlich alles wieder neu hinzugepackt hat. Diese Glass-Sticker findet ihr unten in der Beschreibung, genauso wie diese, äh, kleinen Schildchen hier noch dazu, ne. Das habe ich ja jetzt hier auch online gestellt, die Glass-Sticker. Wollte ich auch nicht zeigen, macht auch kein Telefon, das ist alles im Interieur, das ist vom DLC. Ich muss ein bisschen schauen, was hier vom, ähm, Schumi dabei ist und was nicht. Das vielleicht mal ein bisschen nicht ganz so easy. Ähm, das ist jetzt exklusive. Da kann man hier mal ein paar Lampen reinbauen, das machen wir jetzt auch mal, da machen wir jetzt hier mal. So und so rein, das ist Kunststoff, da, Plastik, Kunststoff, aber das kennen wir schon. Das ist alles vom, äh, SCS. Xenon oder Halogenleuchten. Dann hier haben wir noch, das bleibt alles gleich, das war das. Dann ist das von Schumi hier, mit CT-Bend, da habt ihr so einen Schriftzug dran. Dann Erlebenleuchten, An-Aus, das ist auch von Schumi. Das ist von Schumi, Tag verlicht. Das ist natürlich alles von SCS hier. Dann haben wir hier das, es bleibt alles gleich. Und, ähm, die sind natürlich hier auch von SCS. Dann mache ich hier auch mal Plastik, ich mach's, ich mach's halt mal schön Plastik voll hier. Dann hier haben wir noch, das ist auch von Schumi, Blu-Tech. Dann diese Scheibenaufkleber, die sind auch von Schumi. Das ist von DLC, das ist von DLC. Ich sag, ich muss hier ein bisschen durchgucken hier, ne. Dass ich euch kein Käse erzähle, was von Schumi ist und was von SCS. Das ist natürlich von Schumi, das ist von Schumi. Da gibt's dann hier verschiedene Varianten, Tank, ne. Da gibt's dann natürlich auch hier die Full-Variante, also doppelt. 6x2 und 6x4, alles mit dabei. Und da kommen jetzt hier die schwarzen, die finde ich ganz cool. Farbe oder schwarz, die Trailer-Kabel. Das ist von DLC, brauche ich auch nicht erklären. Das ist vom DLC, das ist vom DLC, das ist jetzt hier wieder vom Schumi, genau. Das ist auch alles original, SCS, brauche ich auch nicht erklären. Und das hier ebenso, das ist jetzt hier mal alles so gezeigt. Dann im Interieur geht's dann weiter, das ist alles hier SCS. Das ist auch, das ist hier natürlich von Schumi, genau. Richtig mit dem Aktausschriftzug. Ich lasse hier mal schwarz, gefällt mir was Bessertes, brauche ich euch nicht erklären. Das nicht, das nicht. Man muss also ein bisschen durchgucken, bis ein bisschen doof hier. Aber es ist nun mal so, ne. Da müssen wir damit jetzt klarkommen, dass er das hier so macht. Dann Schilder, das ist das. Telefon ist von Schumi. Lenkräder, das bleibt original. Das ist SCS. Und dann, glaube ich, sind wir hier eigentlich so weit durch, sonst ist es eigentlich nach hier oben shop. Hier haben wir noch was, CB Radio. Zwei verschiedene und dann hier original Radio mit GPS. Hier, da kann man das wieder wegmachen. Das ist auch noch von Schumi mit dabei. Und der Rest ist eigentlich alles von SCS, da brauche ich nichts mehr dazu erwähnen. So, starten wir mal den Aktauss. Hier nochmal das Dashboard, wer es nicht kennt. Sieht natürlich auch ganz cool aus. Aber, wie schon gesagt, was jetzt hier ganz neu ist, ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ansonsten sieht es ja ganz gut aus, ne. So, kurzer Lichttest. Standlicht. Abblendlicht. Fernlicht. So, dann hinten. Funktioniert natürlich alles hier. Interieurlicht haben wir hier auch. Das geht sogar aus, guck mal. Mit der Taste U geht das dann wieder an. Wir haben zwar oben keine direkten Lampen verbaut, aber... Boah. Und hier, seht ihr das hier, seht ihr in der Mitte, diesen roten Punkt, das ist diese Lampe. Wenn ich jetzt auf O drücke, dann geht die aus, ne. Zack. Das ist vielleicht noch ganz schön gemacht hier, dass man seht, dass hier das Interieurlicht an ist. Genau, hier oben nochmal unsere Anzeige. Alles da. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, bei dem Radio mit dem GPS, ob das das letzte Mal schon dabei war. Bei der Version 3.0 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das mit dem Interieurlicht finde ich ganz witzig hier. Zack. Da geht es jetzt wieder aus. Also jetzt aktuell war es gerade an. Jetzt ist es aus. Das finde ich ganz witzig. Das ist ganz cool gemacht. Und ansonsten, ja, den Standard, glaube ich, kennt ihr schon, die ganzen Scheibenaufkleber hier. Und das Actros DLC funktioniert ja sowieso. Und beim Kabin DLC habt ihr hier oben diese Gardinen, wo dann Actros Schriftzug noch mit dabei ist, in den sämtlichen Farben, die ihr so kennt. Und ja, ansonsten nutzt ihr halt einfach die ganzen anderen Sachen, die es halt noch so gibt. Und, boah, also wie schon gesagt, meine Scheibenaufkleber hier oder, oder weiß ich nicht, anderes Gedöns. Gibt es ja genug Sachen, ne? Könnt ihr euch runterladen. Also die Scheibenaufkleber, falls jemand noch nicht weiß, die sind jetzt mittlerweile in der Beschreibung, habe ich ja mal veröffentlicht. Funktioniert für alle SCS-LKWs und auch natürlich für die LKWs von Schumi. Das ist vielleicht nochmal so, vielleicht hier zu erwähnen am Rande. Ansonsten, äh, schwarze Tanks, Trailerkabel, alles mit dabei. Äh, sieht auch ganz cool aus. Und ja, ich weiß nicht, falls ihr noch Fragen zu den Mods habt, dann einfach kommentieren. Ansonsten lasst ein Däumling da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch noch eine gesunde Zeit. Ihr wisst, ich brauche es nicht jedes Mal erläutern, aber ich wünsche euch trotzdem eine gesunde Zeit. Schaut, dass ihr irgendwie, äh, nicht, äh, irgendwie krank werdet. Und natürlich nochmal großen Respekt an alle Trucker. Danke für eure Unterstützung draußen, für Schüsselpapier und Nudeln und was die Leute nicht nur alles hamstern. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017